Es ist ganz schön viel Regen nützlich. Das ist auch so dramatisch. Ich bin raus, holen Sie her. Los geht's! Wer will jemand sagen, was das ist hier passiert? Sie ist mit einem Hund. Für alle wissen wir, sie könnte mit Carver arbeiten. Also, seitdem du auf dein eigenes Leben bist, was ist dein Plan? Ich denke, um weiter zu gehen. Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Jesus, Mary and Joseph. Ich denke, du bist Carver. Was machst du? Wer ist Carver? Du bist in den Wald mit Krista. Du bist. Wer ist Carver? Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich habe meinen Fuß verloren verloren. Verdammt. 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 Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, schnell, schnell, schnell. Oh, nochmal geschafft. Hi Mutti, grüß dich. Finde etwas. Wieso, wieso er? Ich kann jetzt die Tür nicht alleine halten. Ich sollte doch eher was finden. Was für ein Quatsch, die andere Tür ist offen. Was ist denn das? Da wird doch nichts. Hey Mutti, schön, dass du da bist. Grüß dich. Mach doch irgendwas dazwischen. Dazu hat du gerade eine vermutet. Gerade eben. Da ist mein Pete-Tucker-Leid. Ich bin sorry über Pete. Whatever. Warum hast du meinen Tiefen geblieben? Ja. Ach, hier. Pete, wo du hier bist. Pete wurde geblieben. Was? Er wurde geblieben. Er wird es nicht machen. Deswegen haben wir uns entschieden. Ist wieder direkt Action hier Mutti, so sieht es aus. Wir sind direkt drin. Na, er ist aber auch motivierend. So, okay. Was haben wir da? Brennerei fast. Ist vielleicht noch was drin? Können wir ein bisschen... Können wir Molotow-Cocktails hier stärken oder irgend so was? Mann, Mann, Mann. Oh, hier ist ein Brett. Was verbirgt sich hinter dem Brett? Vielleicht ein Pit? Was ist denn das? Lass mich sehen. Nutella. Sau auf den Shit nicht, Alter. Was ist los? Whisky. Molotow-Cocktails. Los. Hör auf den rein zu bechern. Oh, fuck if I know. Wir warten, ich glaube. Mann, 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 Mann. Wir müssen uns jetzt doch irgendwie daraus befreien können. Ich meine, Glasfenster halten halt auch nicht ewig, wenn wir sie nicht verbarrikadieren. Schwierig. Vorräte haben wir auch nicht, außer Whisky. Manchen reicht es. Uns wahrscheinlich nicht. Oh, nein. Ihr seid ja wohl. Okay. So, scheinbar muss ich hör doch mal auf, diese Gläser zu zerdeppern, nur Hirni. Stopp! Pure Provokation. Pure Provokation. I had to kill my mom. Das ist bitter. It sounds weird when I say it out loud, huh? Luke always used to push me. I never wanted to go into business with it. I remember, when he sold me on his big plan. Some fucking plan. Case of beer and he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After six months, we were flat broke. Hmm, I didn't care. We were having fun. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. Ah, I wish I could just keep moving all the time. Ah, I wish I could just keep moving all the time. I wish I could just keep moving all the time. Everyone I grew up with. It all happened to them. Now, it's gonna happen to us. We're all so fucked. This whole world is fucked. So, wir halten natürlich die Fackel der Hoffnung hoch. Naja, ein Kind muss jetzt andersrum sein, wa? Das Kind muss jetzt hier den erwachsenen Mann motivieren. Also. Muss eigentlich gleich hinnehmen. I can't believe we've been here a day. A day. It's been a day, right? Hey, kid. Have a drink with me. Nick. No thanks. Listen. They're not coming for us. You should go. Run for it. What are you gonna do? Stay here. I'm tired. Go find Luke and the rest. They'll take care of you. They're good people. Wir können schaffen. Wir können schaffen, Mann. I don't have to do anything. Alter. Komm mit mir. Are you kidding? And leave all this? You can't just sit here and die. Why not? What does it matter? You still have Luke and everyone else. Their family. Nick, I need your help. Please. Na komm, raff dich auf. You're right. You're right. Voll das Kleckchen. Absolut. Na look, if we get separated. Cabin's only half a mile from here. You can't miss it. Eine halbe Meile, Alter? Echt? Das ist so. Na, sag mal. Was sind's jetzt? 600 Meter? 900, wa? Was ist eine Meile? 1,6? Oder 1,8? Verwarnet nochmal. Schweine! Los! Jetzt färs Geld. Run, girl, run! Hey, over here! Come on, you fucker! Schau mich an! Ach, guck mal. Ja, ihr lenkt jetzt alle auf sich. Ne, Verzeig. Oh! Ich hab doch gedrückt. Das, äh, ja. Ich hab doch gedrückt abbauen. Was? Wie? Google sagt, eine Meile beträgt. Okay. Okay. Also 1,6 Kilometer. So, okay. Na, das, das, äh, war da wohl wohl nicht schnell genug. Hm. Du bist richtig. Ha, Mensch. Also, zunächst, zunächst gehen wir nicht, was, äh, denn... Das ist ja Quatsch, oder? Wir holen lieber ab, oder? Sonst hatten wir jetzt schon. So, wenn wir zu ihm jenen, was könnte denn passieren? Dass er denn mit uns zusammen losrennt, oder was? Wenn wir jetzt reden und losrennen, stürmt er bestimmt. Fuck you, motherfucker. Oh, shit. Den soll ich jetzt erstmal verpissen. Okay, na, dann weglaufen. Warte, 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 boom. Ja, ihr kommt aus wie ein bisschen über den Stein am Baum vorbei. Man lauft doch einfach weg hinter dir, steht doch keiner. Ja, warte, versteht das immer nicht. Vielleicht stehen die einfach alle da und denken so... Okay, cool, 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 cool. Kein Ding, kein Ding. Ich hab keine Chance mehr, kann nicht mehr weg. Warte, 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 also wirklich. Episode 2, ein geteiltes Haus. QuickTime, Steve. Ach komm, Mutti, so schlimm war es jetzt nicht. Wir sind Alvin. Wir wohnen an den Griffen. Wir sind Alvin. Wir sind Alvin. By who? Walkers. Jesus. Pete wurde killed. Ich war mit dem, aber... Mein Gott. Was? Sie ist die Frau von Nick? Achso! Achso! Eieieiei, ich verstehe. Clementine, Kannst du bitte Sarah sehen? Sie ist oben. Und nicht erzählen. Gehen. Sie sind sicher. Nur nicht die Tür öffnen. Wir sind bald wieder. So. Und schon ist Clemmie allein. Zuhause. Say cheese. Say cheese. Hallo. Ja, Sarah wurde uns ja schon als ein spezieller Charakter vorgestellt. Die wahrscheinlich nicht so ernst mit dieser ganzen Situation ummähen könnte. So, na klar. Also wir müssen wahrscheinlich sehr, sehr sanft mit dir ummähen. Okay. 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 Was ist falsch? Ähm, wo ist mein Vater? Ähm, 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 ähm... Sie sind...angeln. Ähm, 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 ähm... Aber wir müssen uns ein bisschen... Wir müssen die Wahrheit ein bisschen verschönern. Wir müssen ein bisschen Zucker oben drauf machen. Ansonsten... Kriegen wir Ärger mit Papi. Na, was hast du denn gefunden? Na, was hast du denn gefunden? Oh. Willst du mir zeigen, wie du es benutzen kannst? Nein. Naja, eigentlich... Wenn etwas falsch ist, sollte ich es wissen. Was, wenn ich einen benutze? Okay. Aber es ist kein Spiel. Ich weiß. Erstens. Erinnern, es ist nur ein Ding. Was bedeutet das? Ähm... Ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre schwerer. Okay. Was mache ich? Das wichtigste ist, dass wir zu schießen. Lachen, bevor du den Trigger ziehst. Nicht so groß. Ah, wir haben Sarah gezeigt, wie man sich verteidigt. Das ist schon mal ganz gut. Sorry. Sorry. Er ist durch den Vater etwas beschützt. Hey, Luke ist zurück. Oh, schön. Warte, Luke. Warte, Luke. Warte, Luke. Warte, Luke. So, dann schauen wir noch mal kurz. Lukey, Luke. Warte, Luke. Warte, Luke. Der sieht aus wie Luke, aber... Wird ein bisschen mysteriös gezeigt, muss ich sagen. Oh je, wir sind schon wieder in so einem ängstlichen Modus hier. Das ist nicht Luke. Das ist nicht Luke. Clem, ich denke, ich kenne ihn. Er kann mich nicht sehen. Du musst ihn wegziehen. Dann versteck dich. Hallo. Hallo. Ich kann nicht breathieren. Ich kann nicht breathieren. Shhh. Ruhi, Sarah. Tief einatmen. Ausatmen. Bis 13. Hallo. Hallo. Wer bist du? Well, actually, I'm your neighbor. Neighbor? That's right. My family and I are set up a ways down river. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? What's your name? My name is George. George. Wir sind einfach mal freundlich. So, das Maximum. Ich fühle mich. Alter. Alter. Was für ein paar, Alter. Was für ein paar, Alter. Ist da jemand anderes? Du siehst nicht immer so groß. Wir haben eine große Gruppe. Viele. Oh? Wie groß? Zehn. Sie werden bald wieder zurück. Und sie haben dich hier allein verlassen. Sie müssen dich vertrauen. Ich werde dich verraten. Ich werde mich auf den Weg kreieren. Ich werde mich auf meine Kinder. Sieben davon, um genau zu sein. Sie haben eine lange Zeit weggegangen. Ich bin froh, dass sie sich verloren haben. Vielleicht hast du sie gesehen. Ein paar Farnbücher und ein altes Mann. Spanische Mann und seine Daughter. Ein kaltes Mädchen. Ein bisschen größer als du. Ein bisschen größer als du. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie gesehen. Sie sind tot. Sie sind... viele Leute zu verlieren. Sag mir über das. Diese ganze Farnbücher ist ein Schmerz. Sie sind tot. Es sieht aus, wie ein verdammtes Tornado durchgegangen ist. Es ist wahrscheinlich knapp zu 10 Menschen mit dir. Mehr. Mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hoffe, du bist nicht einer dieser Farnbücher. Wo lebst du? Wo lebst du? Ja, nach dem Wasser. Es war ein süßes kleine Ort mit einem Boot, wo wir nicht können. Wir müssen mehr von ihm anfangen. Wie gesagt. Ich bin überraschend, dass wir uns nicht in den anderen. Welche Art von Tornado? große orange. Warum? Ich bin nur überraschend. Ah. Ah. Was ist denn da? Oh, ich nehme es. Oh, ich nehme es. Ich habe einen Mann, der immer so schnauert wie diese. Doktor. Ja, jeder kennt einen Typen, der so meine Enden trägt. Aber ein smarter Mann. Was ist meine Maschine? Was ist mit ihm? Ich sage nur, dass wir unsere Differenzen hatten. Sooner oder später. Die Leute, die nahe zu dir finden, finden wir eine Grund, um dich zu crossen. Das passiert jedes Mal. Nein. Nein, die treppe ist nach. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Oh, Junge, Junge. Oh, Junge, Junge. Oh, ho, 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 ho. Ich dachte, du sagst, niemand ist hier. Nein. Ich habe nichts gehört. Es sei das wie so. Du wirst nicht schlecht sein. Naja. Ich es sagt, niemand ist da. Es ist nicht krass. Es war der Ah, nein, Alter. Nein, und weil wir das Foto gemacht haben. Was ist dein Punkt? Wenn Leute nicht dir vertrauen, wie kannst du ihnen vertrauen? Oh nein. Ich glaube, ich habe dich genug zu verletzen. Ich kann mich selbst rauslassen. Oh, einfach mal rüber. Wo ist er? Er ist weg. Was ist, wenn er zurückkommt? Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht außerhalb gehen. Dachte er, du kommst durch die Küche wieder hin. Wir müssen ihn finden. Ein Mann war hier. Was? Was hat sie gesagt? Es kam in die Kabine. Was? Clementine hat ihn gesprochen. Und du hast einfach die Tür für ihn geöffnet? Ja. Ich bin calm. Du, du, du. Ich habe nicht die Tür geöffnet. Er kam einfach in. Sie ist die Wahrheit. Hat er seinen Namen gesagt? Hat er gesagt, was sein Name war? Vielleicht war es nicht ihn. Du wißt, was er war. Er sagte, dass er Name war George. George? Das ist das, was er sagte. George, George, George. Just tell us, was er sah wie? Was er hat er? Was er hat er? Was er hat er anders gemacht? Er hat eine große Brunke. Hat er eine Karte? Eine Karte? Ja. Fur. Er hat über dich gesprochen, Vater. Er hat eine Karte gemacht. Du wirst nicht aufhörter jemanden, oder? Natürlich nicht, Sarah. Du wirst dein Vater der liebste Mann, ich weiß. Das ist weshalb er nicht so großartig ist. Er wird nicht so großartig sein, oder nicht so großartig ist. Du wirst wissen, dass diese Leute schlecht sind, liebste. Sie werden tun oder sagen alles, um uns aufhörter uns zu tun. Was denkst du? Es scheint, dass er wieder zurückkommt? Er hat einen Bild von mir gesehen gesehen. Ein Bild? Was warst du, die Bilder zu nehmen? Carlos. Was? Du musst dich aufschrauben. Du schraubst deine Tochter. Ich habe die Bilder. Es ist meine Schuld. Nein, ich habe auch gefragt. Es ist meine Schuld. Sarah. Sie war schraubend. Wir haben Glück. Er hat uns nicht erwartet. Clementine hat ihn überrascht. Sie hat nicht da gewesen. Ja, genau. Ein gewinn für die Gruppe. Aber er wird mit dem Rest zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Allein packen. Wir gehen jetzt raus. Alvin, warte! Wir müssen nicht verlassen, Sweetie. Bevor er mit mehr schlechten Leute zurückkommt. Aber es wird okay. Gehen wir deine Dinge. Was will er? Wir bringen uns zurück. Clem. Ich weiß nicht was er dir sagte. Aber William Carver ist ein gefährlicher Mann. Das ist klar, okay. Er ist der Leider eines Campes nicht weit weg von hier. Und er ist sehr smart. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Es tut mir alleine. Aber jetzt, dass er dich sieht, du bist sicherer mit uns. Wir müssen gehen. Dave, guckst dich. Na? Ausschlafen? Wir müssen uns nach hinten finden. Du weißt, wo er war, oder? Ja. Alles klar. Wir haben alles verloren. Mist. Du sagst, es war nur hier? Ja. Nur ein bisschen weg. Hey Clem. Es tut mir leid. Ich bin nur ein bisschen weg. Ach guck mal. Ein Lühlsweig. Es tut mir leid. 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 Ich bin ein bisschen kleiner. Ich fühle mich die gleiche. Mein Vater war immer mir leid. Und ich dachte immer, er weiß nicht ein bisschen. Ich weiß, du hast dir das gut gemacht. Du hast es gemacht. Du hast uns nicht gemacht. Wir machen uns selbst. Es ist schwer, zu wissen, wie ich auf alle. Ich bin nicht so nah, Ich bin nicht so nah, mit dem. Ich sollte bald eine Mutter sein. Ich glaube, ich muss auf meinen Patienten arbeiten. Alvin und ich noch nicht wissen, was sie nennen. Oder ihn, wenn der Mann seine Wille hat. Ich habe mich. Welche Ideen? Clem? Oh nein. Oh nein. Bitte. Nic. Ich habe es geschafft. Bitte. Nic. Nic. Tut er besoffen. Guckt er jetzt raus. Geht die Tür. Erstmal durchgucken, bitte. Nic nec. Wo bist du hier? Oh, bitte nicht. Oh nein. Obwohl, er kann auch nur einfach besoffen sein. Er wird sich zugelötet haben, der Penner. Oh, er ist am lieb. Du bist ein Geschefen für die Gruppe, mein Freund. Pete ist tot. Ich weiß, Mann, ich mache das. Wir müssen gehen. Okay, Carver's Gang ist aufgerufen. Kannst du es machen? Ja. Klingt so ein bisschen wie die Dolphins. Klar, Mann. Nick. Ich bin nicht so ein bisschen wie die Dolphins. Ich bin nicht so ein bisschen wie die Dolphins. Ja, danke. Ich bin so ein bisschen wie die Dolphins. Ich bin nicht so ein bisschen wie die Dolphins. Kannst du mir sehen? Und du bist sicher, dass ihr immer mit uns kommt? Nun, sie werden da kommen. Ich denke, wir haben ca. 4-5 Tage, um diese Mauten zu erreichen. Jetzt, wenn sie uns betrachten, sollten wir uns anbegriffen und nicht stürmt, anstatt die Schwangere oder Elvin. Wir müssen jetzt weiter gehen. Das ist unsere einzige Wahl. Eichhörnchen, was? Chipmunk? Ja, Eichhörnchen. Oder ein Hamster? Was ist denn das? Eine Erdmännchen? Das ist ein Chipmunk. Auf jeden Fall ist Elvin ein beschissener Name. Sorry für alle Elvins, aber eure Eltern haben euch nicht geliebt. Joachim. Aha, sieh, sieh, was ist das... Eine Seilbahn oder was... So, warten wir noch. Eine Lodge... Da ist ein Gebäude an der Maunten. Was sieht das aus? Es ist groß. Kleiner Vorsche Maus. Es klingt wie ein guter Ort, um die Nacht zu spenden. Na, da werden da vielleicht schon welche sein. Oh, können wir noch irgendwas sehen? Ah, guck mal hier, nicht kackt in den Wald. Oh, was haben wir da? Noch eine Hütte? Streifenhörnchen. Es ist ziemlich klein. So, oh. Da ist der Hütte. Da ist der Hütte. Ich denke so. Gut. Wir müssen die Brücke crossen. Los geht's. Hold on, jetzt. Wir können nicht alle über die Brücke crossen, okay? Wenn wir da sind, werden wir verletzt werden. Gehen nach dem Meer wird zu lange dauert. Genau, aber wir haben keine Ahnung, wer da ist. Ich muss über die Ahnung, dass es klar ist, bevor wir die ganze Gruppe kommen. Du denkst, dass die Gruppe eine gute Idee ist? Ich habe nie gesagt, dass es eine gute Idee ist. Aber es ist besser, als zu riskieren alle. Was ist dein Plan? Clementine, ich kann schlau und schlau und schlau. Mache sicher, dass niemand auf der anderen Seite wartet. Wir haben einen schwierigen Zeit, um dich von hierher zu befinden. Wir werden einfach zurückkriegen, wenn es kräftig wird. Clementine sollte hier bleiben. Sie ist... Sie ist was? Sie ist nur eine kleine Mädchen, Luke. Sie ist eine wertvolle kleine Mädchen. Ich kann das tun. Ich kann das tun. Siehst du? Kein Problem. Es wird gut sein. Okay, wir werden euch in 10 Minuten sehen. Wir sehen uns auf der tiefen Seite. Ich kann das gehen. Ich stehe mit der Gruppe. Ich bin gut. Ich mag das. Ich bin gut. Ich mag das. Ich bin gut, Carlos. Wenn etwas passiert, werde ich dich beschweren. Komm schon. Hey, sorry über das. Ich konnte wirklich deine Augen nutzen. Und jetzt glaube ich nicht, Nick, um seine eigenen Schuhe zu verbinden. Sie sind immer noch auf der Seite, nach dem Carver. Es sind fünf Tage. Warum würde Carver noch immer folgen? Was ist das wichtig in dieser Welt? Was jeder will von dir? Es ist ein schweres Welt, ohne Menschen, die du glaubst. Insofern, du kannst sie fragen, Rebekah. Ich werde nicht in die Mitte. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben Dinge, die wir verweilen. Es ist nicht mein Ort, um zu sprechen über jemanden, die andere. Ja, ja, ja. Ich weiß, was das ist. Ja. Ja. Mhm. So, dann haben wir schon mal ein paar Beißer. Ah, der Inn ist jetzt nicht mehr so mobil. Ich kann sie nicht schreiten. Zu viel Ruhe. Es sind nur zwei. Was denkst du? Ich denke, wir können sie nehmen. Okay, und der macht's auch gleich. Ich nehme den großen. Du gehst kurz. Der lässt dann den kleinen alleine. Der macht dann nichts. Hey, wir können Schäden benutzen. Wir sollten in Ordnung sein. Ich habe es. Ich nehme den kleinen. Gut. Los geht's. Ich mache es. Ich mache es nicht mehr. Du kannst es nicht mehr machen. Du kannst es nicht mehr machen. Ich geh'n. Schön den Hammer rausgedreht. Ich glaube, er ist ganz cool. Ich glaube, er ist ganz cool. Ich glaube, er ist ganz cool.